Dem Rat wurde berichtet, dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stand zum Spaß erklimmen. Obwohl es nicht versehen wird. Alle respektablen Mitglieder der Arte del Cambio, der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben. Oh, du Banause! Du ekelst Peter! Was bist du für ein Mann? Guck, woher kenne ich den Kerl? Also, wohin? Ist er verschont? Ich werde Florenz wohl betrachten. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monta di Gioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen wahre Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Zwei Arminen ist, ob dein Bekanntheitsgrad Issoch ist. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein. Unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Pichina. Hör zu. Jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke. Für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. んですka. Nein. Nein. Salute. Für jetten Mehr umag Charlott und ihr v teachers. Komm ihr Leute, dreht vor. Hört mir zu und lasst euch sagen, Das böse obsieden immer mehr. Es wird alsbald ans Kreuz geschlagen. Ihr habt hier nichts zu schaffen. Was? Nein! Zeitendüster, Welttyrannei das Land. Höne, 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 Höne. Indeed ist das eine große Zeit. Seine, Höne. ningún kann. Schweine, Höne, Höne, Höne. Höne, Höne, Höne. Höne, Höne, Höne. Höne, Höne, Höne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Anhalt 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 Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Mir nah. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja. Und dein Leben.